Heute, nach 1500 Jahren Gesetz, konnte keiner von sich behaupten, dass er Gott mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele geliebt hat. Also hat Gott dann gesagt, genug, ihr habt es verstanden, ihr schafft es nicht, lasst ihr zu, dass ich euch liebe. Und er starb für uns am Kreuz. Und er liebte uns, mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Kraft. Heute ist es nicht unsere Liebe für ihn, es ist seine Liebe für uns. Amen! Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Schau dir diesen Vers an. Denn darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Aber das ist doch das größte Gebot, das größte Gebot unter dem Alten Bund. Aber darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Sondern, dass er uns geliebt hat. Das ist der neue Bund. Wir lieben Gott, das ist das Gesetz. Gott liebt uns, das ist die Gnade. Und Gott möchte, dass das klar wird in deinem Kopf heute. Dass du verstehst die Liebe, die er für dich hat. Es geht nicht darum, wie sehr du Gott lieben kannst. Unsere Liebe für Gott, wenn da so eine Art Diagramm wäre. So nach der Holy Spirit Night auf dem Grafen, auf dem Diagramm, ist deine Liebe ganz weit oben. Oh, Montag schon der erste Dätscher da. Oh, Dienstag, oh, es geht bedrohlich nach unten. Und dann noch weiter. Und dann kommt es Freitag, Saturday, Sunday. Oh, dann ist wieder Sonntag. But God's love for you. Aber Gottes Liebe für dich. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday, is the day. Is immer da oben. Don't put your eyes on your love for him. Put your eyes on that which is fixed and cannot be moved. His love for you. Fixier deinen Blick, deine Aufmerksamkeit, nicht länger, auf dich selbst, auf deine Möglichkeit, auf wie sehr du Gott lieben kannst, sondern fang an, deine Augen nur darauf zu richten, wie sehr Gott dich liebt. Und wenn du das tust, wirst du stabil laufen. The more conscious you are that, oh man, God gives us preachers today that will open up God's love to the people. God, gib uns Prediger heute, die deine Liebe den Menschen verkünden. And there's a grace revolution all over the world, and especially in Europe, where God's grace is being preached, where God's love is being unfolded, and it's not about us, it's all about Jesus, as he is, so are we. You will never know, you will never know how much God loves you, until you know how much God loves his son Jesus, because he gave up his son for you. No one pleased the father like Jesus, when he was baptized, when he was baptized, God opened the heaven, and God said, this is my beloved son. Da hat Gott den Himmel aufgemacht und gesagt, das ist mein geliebter Sohn. In him I am well pleased. In him habe ich wohlgefallen. Yet God gave up his son for you. Und doch, und dennoch hat Gott seinen Sohn für dich aufgegeben. So you'll never know how much God loves you, until you learn how much God loves Jesus. Du, du verstehst erst, wie sehr Gott dich liebt, wenn du verstehst, wie sehr Gott Jesus liebt.